Nummer 5. Wenn Sie ein Ford, Volvo oder Mazda Fahrzeug besitzen und Ihre alten Bremsbeläge durch eine sichere, qualitativ hochwertige Option ersetzen möchten, könnte dieser Satz Brembo Bremsbeläge genau das sein, was Sie brauchen. Sie haben eine Höhe von 62,4 mm und eine Breite von 156,3 mm. Der Einstieg wird zum Kinderspiel, da Sie leicht zu installieren sind und keine Fachkenntnisse erforderlich sind, um Sie anzubringen. Sein modernes Design ist mit der Scorching-Technologie ausgestattet, die auch bei hohen Temperaturen für Effizienz sorgt. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 4. Dieser vier Ersatz Brembo Bremsbeläge hat neben seinem günstigen Preis einiges zu bieten. Verleihen Sie den Hinterrädern Ihres Fahrzeugs mit dem Einbau dieses Satzes eine tadellose Bremsleistung. Diese Belege wurden mit der neuesten Scorching-Technologie entwickelt und sind resistent gegen extreme Temperaturen, was zu einer verbesserten Bremsqualität führt. Sie sind wärmeisoliert, um Lärm und Vibrationen zu reduzieren. Zusätzlich zu den Pads enthält dieses Set Montageschrauben und vier geräuschdämpfende Metallplatten zur Verbesserung der Leistung. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Wenn Sie auf der Suche nach Belegen sind, die Ihnen hohe Leistung zu einem sehr niedrigen Preis bieten, sollten TRW-Belege Ihre erste Wahl sein. Sie sind kompatibel mit Fahrzeugen von Audi, Citroën, DS, Ford, Peugeot, Renault, Seat, Skoda und Volkswagen. Sie sind so einfach zu installieren, dass Sie es sogar selbst tun können. Dieses Set enthält eine Reihe von nützlichem Zubehör wie Bremssättel und Befestigungsschrauben. Sie sind für die Verwendung mit Stahlbremsscheiben ausgelegt. Ihre Struktur besteht aus Keramik- und Kohlenstoffmaterialien. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Obwohl diese ATE Keramik-Bremsbeläge speziell für Volkswagen-Bremssysteme sind, entwickelt wurden, sind Sie auch mit einigen Modellen von Kia, Seat und Skoda kompatibel. Eine der besten Eigenschaften dieser Bremsbeläge ist der Verschleißwarnkontakt, der Sie darauf hinweist, dass es Zeit ist, die Belege auszutauschen, was Ihnen ein sichereres Fahrgefühl vermittelt. Andererseits sind Sie aufgrund Ihrer scharfen Kanten leicht zu installieren. Sein günstiger Preis tut der Qualität keinen Abbruch, denn seine Struktur wurde mit einem mehrschichtigen Fasersystem hergestellt, das eine längere Haltbarkeit garantiert. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 1. Diese ATE-Bremsbeläge sind mit einer Vielzahl von Fahrzeugen der Automobilhersteller Hyundai und Kia kompatibel. Sie sind mit Verriegelungselementen ausgestattet und lassen sich leicht einbauen, auch dank Ihres Designs mit einer speziellen scharfen Kante, die einen schnellen Einbau gewährleistet und Ihre Leistung deutlich verbessert. Ihre abriebfesten Materialien sind in der Lage, die Staubbildung zu minimieren, was in Kombination mit einer mehrschichtigen Reibschicht Ihre Lebensdauer verlängern kann. Sie werden mit einer fortschrittlichen Feuerungstechnik hergestellt, die die Gasemissionen minimiert. Den Link zu diesem Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal.